Ich bin ja zuhause, ja? Fernseher steht noch. Wir haben nur Dinge. Schon wieder kämpft, oder? Sind die beide bei dir? Ich weiß es nicht. Feindaufgabe. Die haben aufgegeben. Die sind raus. Die werden nämlich einer rechts und einer links. Schauen wir mal. Sehen tue ich mal noch keinen. Da oben. Ja, er hat mich gesehen. Ja, der weiß, dass du auch da bist. Und jetzt wird der andere kommen. Von hinten. Zehn Sekunde. Der geht zu der Glocke. Ach, weiß schon. Einer geht bei dir oben hoch. Pass auf. Ja. Meiner von hinten. Ich habe gerade einer in der Mitte gehabt. Einer ist in der Mitte und der andere war irgendwo bei dir. Der hinter dir irgendwo. Ah, da sind sie. Die schießen echt gut mit den Waffen. Da habe ich aufgepasst. Ja, genau. Aber ich treffe ihn. Das ist das, was ich... Das gibt es ja einfach nicht. Nein, habe ich. Ich weiß nicht, Bruder. Andere ist im Häusler. Bei mir. Hab ihn. Einer geht wieder hoch. Einer geht wieder hoch. Der andere ist schon oben. Ganz links. Da ja. Ja, schöner Sieg. Brotflinte. Die gehen beide da rüber. Oben. Hab ihn. Sehr gut. Weiter so. Vorsicht. Ich glaube, die kommen von unten. Oder Gion da. Ach. Einer ist jetzt bei mir rechts. Einer ist jetzt. Meinen habe ich. Boah. Wie hat das Ding gewohnt. Ja. So. Weiter geht's. Einen habe ich. Ja. Der andere wird wahrscheinlich wieder oben. Verdammt. Ja, der ist oben. Ja. Der ist fast wieder oben. Der ist schon unten, oder? 10 Sekunden. Der ist schon unten, oder? Ja. Der ist schon unten, oder? Jawohl. Der ist schon schlecht aus. Also Tascha Team. Glaubt die Geiern beide. Wo ist der andere? Der ist klar bei mir. Jawohl. Freue ich wieder nichts machen. Aber 7 7 3 3. Jo. Das passt euch aus, ne? Ja.